Ein Koffer Wörter Gereimtes und Ungereimtes Gegen alle Relevanz Was, wenn jedes Bild in dunklen Wolken hängen bleibt, wenn jedes Wort nur ins Vergessen schallt, wenn niemand stutzt und niemand fragt, die Ohren spitzt und sich die Augen reibt und niemand nichts vermisst, weil's Schall und Rauch ist, bleibt, bis alles schweigt, niemandem nützt und klaglos in die Stille treibt. Und was, wenn dies nicht Depression und schwarze Seele, sondern einfach schon die Wahrheit ist, unwiderrufen tausendfach belegt und wie ein Irrwisch durch die Gassen fegt und alle Toren an die Tür vom Tollhaus nagelt, allen Mittelstands-Realwirtschaftsauguren ihre Wertpapierdepots ans Grotum nagelt, weil's so schöne Schmerzensschreie hagelt. Reine Pein, kein Denken, keine Schuld und keine Relevanz, nur dubiose Aktien unterm Schwanz. Was, wenn das alles und zugleich als Wahrheit gelten kann, was sitzte dann noch da und hörst dir Bullshit an? Hi, Matthias hier. Heute wird mal wieder kurz. Heute ist es dieses Ding in meinem Kopf, das nervt. Dieses Gehirn, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich es will. Na, was will es denn? Papst werden. Geh nur hin, das ist es schon. Ja, mein Gehirn ist Papst geworden und es herrscht jetzt uneingeschränkt über meinen Glauben. Und es hat gleich schon mal klargestellt, wir glauben jetzt an alles, was lila ist. Lila, sagt mein Gehirn, ist das neue Schwarz. Du merkst schon, lieber Lord Suitcase, das kann nicht lange gut gehen, die Sache zwischen mir und meinem Gehirn. Irgendwann läuft da was über und wenn erst mal verflüssigtes zentrales Nervensystem ins Waschbecken tropft, dann hilft auch kein Klempner mehr. Aber bevor das geschieht, muss ich noch kurz was erzählen, denn heute war ich ganz in echt bei einem Poetry Slam bei Clubhouse. Nicht meinem eigenen, sondern einem anderen mit total netten ModeratorInnen einer sehr idealen Anzahl an ZuhörerInnen, so 20 bis 30 Stück oder so und jeder, der die wollte, konnte sich einfach melden und Dinge vortragen. Dabei haben die sich wirklich ins Zeug gelegt, alle Teilnehmenden wertzuschätzen. Und ob du es nun glaubst oder nicht, ich habe dann noch während die ersten was vorgetragen haben, in meinen Reimdingsis gewühlt und ein paar Sachen rausgesucht, die ich für ein Live-Publikum ganz angemessen fand, habe sie auf meinem Bildschirm geordnet, sodass ich sie auch wirklich unfallfrei vortragen kann und habe dann endlich und wirklich still und heimlich den Raum verlassen, weil ich mich nicht getraut habe. Und jetzt kommst du. Mach mir so etwas erst mal nach, du alte Rampensau. Was da heute abgegangen ist, war Comedy pur. Leider nur in meinem Kopf und leider mit mir als notwendigem Idioten. Und darum, zur Feier des Tages, wird das ja heute einfach mal ein wirklich kurzer Kofferwörter, denn ich habe heute Abend noch richtig was zu feiern. Tschüss. Manche, manche Timpetee, Butche, Butche in der See, mein Gehirn, die Ilsebill, will nicht so, wie ich gern will. Ich will heulen und ins Bett, Ilsebill jedoch will fett über meinen Fehlern brüten und danach viel Spott ausschütten über meinen Wankelmut, fand sie, glaube ich, nicht so gut. Aber Hirne können gut lachen, müssen ja nichts selber machen, ziehen im Hintergrund die Fäden, scheren sich aber nicht um Schäden, die da draußen dann passieren. Auch wenn die Fakten nicht parieren, tut's das Gehirn nicht interessieren. Ziel ist es, Aber die Fakten nicht mehr die wir in der Seele haben. Untertitelung des ZDF, 2020